Herzlich Willkommen hier zurück bei AeroTalked Tomb Raider Riding. So, wir sind immer noch in der Höhle hier, so teilweise ein Stütz und ja, wir müssen sozusagen den Bergpass durchqueren. Wir sind ja aus der Kupfermine, so wie ich das mitte, kommen aber erstmal durch, teilweise oder sind durch und mal gucken, was jetzt auf uns doch hier alles zukommt. Diese Ruinen sind unglaublich. Okay. Oh nein, wir sind bereit. Oh nein. Okay. Bogen in die Hand. Oh. Offenbar hat er eine Recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Okay. Okay. So, den haben wir schon mal ausgeschaltet. Da hinten müssen auch noch welches sein. Ich hoffe, der sieht uns so nicht. Ah, Mist. Okay. Oh, das ist ja hier so ein Gepanzerter. Und dann mit dem Renner. Oh. Das war's? Ah ja, ok. Cool. Dann haben wir das hinter uns. Ach. Ach, das war die Winde. Ich dachte, da steht noch einer mit dabei. Ah, so. Okay, cool. So, können wir den nochmal lindern? Den Mann hier? Ne, ha? Was haben wir hier? Ein Heft. Okay. Äh, glaube nicht. Oh, nee, auch voll. Man, wir haben so viele Sachen und nichts kann ich hier bebauen. Das ist ja... Er sagt, hier spürt er irgendwie einen Windzug, aber na gut. Hm. Keine Ahnung, was er da spürt und sieht. Noch eine Kiste, Kisten. Oh, so viel Ruhig, das ist so toll. Aber auch alles voll, also... Neues Ausrüstung. Okay, Upgrade. Ja, Werkzeug schaltet mal über Waffenabreize. Okay, cool. Ähm. Ja, dann gehen wir gleich. Noch mal kurz zum Feuer nach hinten hin. Um einfach schnell das Ausrüstungsteil... Äh, mal reinzugucken, was wir da jetzt freischalten können. Das heißt, wir rennen einfach nochmal fix zurück. Oh, ich hab so einen leichten Schluck auf schon wieder. Sobald ich eine Aufnahmestatik, kommt mein Schluck auf. Das ist echt unfassbar. So. Aha. Oh, nicht so doll wackeln. Okay, was haben wir hier? Stoff 17 und... Okay. Mehr Munition. Munition machen wir. Das ist dann die Schusssequenz. Wackel, wackel, wackel. Oh ja, und wir können alle einmal upgraden. Das ist so. Wunderschön. Aber warum leuchtet... Hier zweimal? Hier zweimal? Ähm... Warum? Aha. Ich kann sozusagen den... den Compound-Bogen... verstärken. Also vom Schaden her ist er ja echt hart. Kann man ja nicht anders sagen, aber... Ja... Ich weiß nicht, soll ich die mal... Halt, ähm... Das wollte ich nicht. Och, wenn schon den roten, ha? Jo. Ach Gott. Was soll der Geiz? Wir haben das Material, wir machen's. Ehm mal. Hier könnte ich nix machen. Ja, nö, nö. Also, okay. Wir nehmen wieder das... Maschinengebär in die Hand. Und gut ist. Ach so. Giftpfeile sind voll. Ähm. Medizin ist auch voll. O- Okay. Ah. Vom Zoom her bleibt es gleich. Also, okay. Gut. Ist kaputt. Ja, ist klar. Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug. Und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen, wie möglich. Ja, dann ist ja schön. Also, das ist das Tor, was sie gesagt haben, was sie einreißen müssen, um reinzukommen. Das große Tor. Ah, das ist angenehm. Das Teil hat sich auf unsere Belohnung zu kommen. Hm, vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Ja, Pilze sind voll. Ich hätte es auch anders sein sollen. Das sind auch nur Pilze. Okay. Dann also. Hier, kann man hier doch noch was machen? Nee, hoch springen leider nicht. Aber na gut. Vielleicht kann ich die Lohre schieben. Ach so. Wartet, 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 wartet. Ich verstehe. Ich verstehe. Erstmal das Ding wegschieben. Ich muss einen Weg finden, den Truck in den Abgrund zu stürzen. Das geht jetzt wunderbar. Und loslassen. Ach, halt, wartet, wartet. Tschüss. 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 Alles stützt hiermit immer zusammen. Hm. Halt, warte. Kann man nicht da unten irgendwas? Nee, an der Statue kann ich nichts lesen. Ist. Oh, voll. Ach, voll. Wie soll es auch anders sein? Oh, voll. So. Na, Eindruck, dass Papa vorher geguckt hat, dass da unten keine Stacheln sind. Mann, 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 Mann. Okay. Gib mir unser Druckfeuer, jetzt! Ich stehe, unser Beschuss! Noch einer? Gib mir Feuerschuss! Ich werde hinter dir! Oh, Hä? Noch einer? Gehe in Position! Ich will! Fuck, wer ist getroffen? Wie viele denn noch? Wie viele denn noch? Puh, meine Fremde. Noch weiter gucken. Ja, gut. Das haben wir schon mal geschafft, die ganze Grütze. Puh. Oh, da können wir was lesen. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Okay, alte Münzen noch entdeckt. Das ist doch... Sehr nett, danke. Da komme ich nicht mehr zurück, wenn ich Pech habe. Aber laut Dings sollen hier irgendwo... Da. Münzen liegt. Sehr schön. Ich habe nur gerade aus dem Augenwinkel was Blinken sehen. Deswegen. Da dachte ich mir, ah komm, einfach mal fix gucken. Ist hier noch irgendwas in den Ecken vielleicht? Nee, hier nicht. Nee. Nee. Nee, nee. Hier. Nee, auch nicht. Kade. Okay. Ah! Ah! Oder soll ich... Also das war jetzt... Na gut. Ähm. Ach so. Ich dachte, das bringt irgendwas. Jetzt sozusagen, damit wir klettern können oder... Irgendwie was, aber... Na gut. Okay, also doch, da. Puh. Okay. Ich wollte nur gucken, ob da wir nichts vergessen haben. Also jetzt mal ehrlich, wie viele Knicklöchter hat die denn noch? Ist ja unfassbar. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen. Gehörte einem byzantinischen Adligen. Hm. Die Klinge ist in der Nähe des Griffes abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Wenn ja, hat's den Träger sehr weh getan danach. Ach, ach, ach. Guck mal. Da blinkt's. Da müssen wir doch hin. Äh... Pfeile nehmen wir mit. Äh... Ich seh schon. Ha, 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 ha. Ich hab schon das, äh, das kaputte Bereich da gesehen. Hm... Karte aktualisiert. Geheimnisse. Achso. Hier. Okay. Weiter hinten noch irgendwas, was ich übersehen habe vielleicht? Sieht nicht danach aus. Nein. Sehr schön. Achso. Ja. Ah, die nächste Schriftrolle. An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich wäre bald tot sein. Und damit auch alles wissen über diesen Ort. Achso. 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 Eine Flucht war nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Wie ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen sein. Haha. Ja. Das war also dann die Flucht für euch. Sozusagen. So. Sonst haben wir hier... So. Klingt nicht sehr gut. Klingt nicht sehr gut. Ah, super. Haltet den Schaft. Ich geb dir Deckung. Ich geb dir Deckung. Wer beschrungen. Bring die Fände. Um. Ah. So. Ja. Ja, nur wir beide. Nur wir beide da oben. Ja. Äh, 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 äh. So haben wir... Boah. Dieses blöde Wackeln. Ah, da ist er noch. So. Okay. Puh. Ähm. So. Erstmal verbunden. Gut. Ähm. Sonst haben wir gerade alles... Nur noch da oben. Okay. Ach. Von da unten. Okay. Von da unten kam ich dann hoch. Ähm. Ähm. Sonst zu sammeln habe ich jetzt hier nichts mehr glaube ich. Ähm. Nö. Ja. Holz kann man hier auch nicht sammeln. Ähm. potassium. Pfeile herstellen kann ich gar nicht, ne? Gerade. Okay. Na gut. Ach. Ja, toll. Hier oben war ein rotes Fass. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art Flagge-Fahne. Mist. MP-Komponenten. Okay. Und die nächste Karte, die freigeschaltet wird. Aha. Da haben wir noch ein Versteck. Das war doch hier unten irgendwas, ja? Ah. War schon am Wunder, warum da so ganz kurz was aufgeblinkt hat, aber... Das Holz ist einfach widerstandsfähig. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Ähm. Ah. Ich glaube, ich möchte es ganz kurz durchschieben. Und dann können wir ihn auf jeden Fall ordentlich schwingen lassen. Und da ist noch eine Kiste. Die müssen wir auf jeden Fall erstmal holen. Wenn ich den Kübel fülle, könnte er schwer genug sein, um den Kran zu feil zu bringen. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Oh. Ich bin nicht stark genug. So. Jetzt aber. So. Erstmal füllen. Ach, mit Wasser befüllen. Ich hoffe, dass es reicht. Ähm. Ja. Nicht runterfallen. Ja. Okay. Ähm. Dann doch nochmal. Na. Noch ein Stück vielleicht. So. So. Müsste das klappen. So. Jetzt aber. Na. Jetzt aber. Na. Und. Okay. 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 Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Gitesch. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Okay, und warum nicht weiterlesen? Achso, das zeigt uns jeweils die Sebbe-Sache. Achso, okay. Jo, die Münzen nehmen wir auch mit. Wir gucken erstmal uns hier nochmal rum. Ne, hier ist sonst vorne nichts mehr. Okay. Aha, hier war doch fast was, oder? Ja. Also jetzt mal ehrlich, also... Das Ding sieht hier ja... Ja? Wie der Eden-Splitter. Von Assassin's Creed aus. Um sie zu kontrollieren. Wahrscheinlich, ja? Das Al-Sene auch... Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotzdem schäbendatemberaubend. Ja. Und die stacheln da auch. Okay, ganz kurz. Gut, da gibt es also nichts mehr auf der Karte. Gut. Also das Ungewisse, dass du vielleicht gar nicht rauskommst zum nächsten Luftpunkt, dass du da erstickst, ist echt hart. Okay, sieht sehr friedlich aus. Wie man weiß, Ruhe vor dem Sturm. Gleich geht's los. Heiße Quellen, ha? Oh, Pfeile, Pfeile. Sehr, sehr schön. Ne, hier ist auch das. Es sind wirklich heiße Quellen hier. Gucken, auf der Karte sehen wir hier irgendwas. Oh. Ein riesen neues Gebiet. Okay. Ach, guck mal, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ist ja schon fast idyllisch hier. Ach, das ist jetzt die Stadt Kitesch. So würde ich das jetzt interpretieren. Okay. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte! Hör doch, ich bin nicht euer Feind! Ich hab dich gewarnt! Du hättest abhauen sollen! Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, sie ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist deine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Oh, unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger. Und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Okay. Ich tue, ja. Erstmal flindern. Was haben wir jetzt? Gewehr freigeschaltet? Ja. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Du, geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Und so die anderen Siedlungen warnen. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas schämen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Ja, klar. Sobald ich irgendwie mit euch reden? Wir müssen sie um jeden Preis vom Akropolis-Turm fern. Wir schicken die Familie nach unten in die Katakombe. Aber wir müssen den Feind hier auf dieser Seite des Tals beschäftigen. Mit euch reden? Nein? Wollt ihr nicht? Okay. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Ausgerüstet. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Okay. Ich muss erstmal hier alles abgucken. Wir haben eine Helikopter. Wir sollten damit rechnen, dass sie aus der Luft kommen. Das sind die Sowjets auch. Was sie nicht sehen können, können sie nicht treffen. So. Gucken. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Ganz kurz. Ach, für einen Revolver könnten wir sozusagen Sachen machen. So, was haben wir hier bekommen? Achso, so eine Art Maschinenpistole noch. Schnelleres Nachladen hat bestimmt. Ne, achso. Ja, doch. Eine Ach-Lader-Geschwindigkeit. Okay. Okay. Die macht immer noch mehr Schaden. Ja, okay. Die hat natürlich am meisten Schaden. Aber halt nur Einzelschuss. Das darf man ja nicht vergessen. So, den setzen wir wieder an. So geht es. Lassen wir erst mal. Das hier. Achso, äh, ne. Ich wollte auf die Karte gucken. Okay. Puh. Ich glaube, dann werden wir uns erst mal hier hin bewegen. Oder? Nein. Wahre Gesch- Genau, das werden wir jetzt noch machen. Wir werden hier noch schnell hinreisen. Einen Moment, Leute. Das machen wir jetzt noch in der Aufnahme mit. Jetzt muss ich mich aber erst mal rausfahren. So. Äh, Schnellreise. Ja, natürlich. Das machen wir jetzt gleich. Die Hexe. Ganz genau. Daraus mache ich jetzt keine Zwie-Tapes, äh, ja. Sondern gleich ein Ganzes. Mich tut ja hier keiner sagen. Mach nur 20 Minuten folgen. Nein, nein, nein. Das mache ich so, wie ich gerade Lust habe. Manche sind länger, manche kürzer. Mal so, mal so. So. Na los. Lade schneller. Kleiner Mini-Recher. Geht doch. So. Jetzt werden wir mal hier die alte besuchen. Nur genug für zwei Dosen. Ich darf nichts vergeuden. Okay. Es funktioniert, Nadja. Alles sieht, naja, nicht wirklich normal aus. Aber anders als letztes Mal. Gut. Ich habe genug Gegengift für mich und Großvater. Falls wir ihn finden. Ich bin jetzt unterwegs zu dir. Okay. Vogelscheuchen. Na klar. Das waren die lebenden Toten, die man gesehen hat. So. Das kann mich nicht. Das kann mich nicht. Selber Ort sein. Ich hatte mich hier verirrt. Gab es hier irgendwas zu finden? Hahaha. Ich hätte fast erwartet, dass... Als die Schuld in dem Gulag zu arbeiten zu schwer wurde, schlug ich zurück. Ein gestohlener Schraubenzieher. Verlegte Unterlagen. Hilflose Gästen, die niemals etwas ausrichten konnten. Eines Tages wurde ich ertappt, als ich ein sinnloses Risiko einging. Deine Großmutter, Serafima, nahm die Schuld auf sich. Sie schlugen sie, erbarmungslos. Aber ich war gerettet. Als ich ihr danken wollte, spuckte sie mir vor die Füße und sagte, ich hätte mein Leben für nichts riskiert. Sie forderte mich heraus, mehr zu tun. In dir steckt so viel von ihr, Nadja. Zuerst hielt ich sie für grausam. Sie schenkte meinen kleinen Akten des Ungehorsams keine Anerkennung. Dieser Ort, der Gulag, zerschmetterte alle Hoffnung und fraß auch noch den letzten Rest Würde auf. Sie sagte, an jedem Tag, an dem ich nicht aus ganzem Herzen dagegen kämpfte, war ich mitschuldig an den Gräueln. Sie verlangte meine Aufrichtigkeit, weil sie wusste, dass ich fähig dazu war. So gütig war noch nie jemand zu mir gewesen und dafür habe ich sie geliebt. Wer noch hier ist. So, wir werden natürlich erstmal alles herbst absuchen. Halte, 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 halte. Nicht, nur ein Walz. Das war so real. Ja. Halt, ähm, da wären wir. Gut, okay. Das ist Trinity-Ausrüstung. Alles ist falsch. Wir haben den alten Mann am Eingang des Tals verloren. Fischer ist fort, Parker ist fort. Einfach weg. Spurlos. Man kann seinen Augen nicht trauen. Wir sehen Dinge. Leichen. Schlimmeres. Dinger, die laufen. So groß, dass sie die Sterne verdecken. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich weiß nicht, ob es eine Realität gibt. Sind es die Augen? Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Billings geht als erster. Stab! Stillhalten! Muss ich letztes Mal glatt übersehen haben. Aber keine Leichen. Vielleicht sind sie noch am Leben. Naja. Nadja, was weißt du über diese Ruinen hier draußen? Unser Volk hat das Tal gemieden, lange bevor die Hexe sich hier einnästete. Die Gründer haben dort draußen einen Schrein gebaut. Doch irgendwas ist ihnen passiert. Wir waren seit Generationen nicht mehr dort. Selbst wenn deine Vision nicht real war, ist dieser Ort gefährlich. Ja, bitte. Wir beschlossen zu warten, bis der Winter vorbei war. Wir versteckten Vorräte, zeichneten Karten. Wir planten. Ich verschaffte ihr Arbeit, bei der sie in Gebäuden bleiben konnte. Sie half mir, Wege zu finden, die Mühlen des Gulags zu verlangsamen. Wenn ich einen hydraulischen Aufzug stilllegen konnte, bewahrte ich 100 Männer vor einem Tag in den Minen. Durchschnittene Zündkabel an ein paar LKW und die Spezialprojekte würden für eine Woche ausfallen. Ich ging größere Risiken ein, aber nachdem ich deine Großmutter getroffen hatte, konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Wir wussten, dass das Kind unsere Flucht erschweren würde und sie verbarg es, solange sie konnte. Und dann, ohne Warnung, schafften sie sie fort. Unsere Tochter wurde einer Amme unter den einheimischen Gefangenen gegeben und sie brachten Serafima in das Tal. Ich versuchte, sie aufzuhalten und kämpfte ganz offen. Ich stand vor dem Transport-LKW, bereit zu töten, um sie zu retten, aber es waren einfach zu viele. Ich schrie meinen Abschiedsgruß, als sie mich fortschafften. Ich weiß nicht, ob sie mich gehört hat. Nur Wölfe? Verdammt. Ja, spannend. Irgendwelche anderen Monster. So, genau. Öl auf den Boden. So viel zum Feuerzauber. Halt. Pfeile. Achso, halt. Genau. So. Wenn ich diese Plattformen bewegen könnte... Ich bin jetzt auf der ersten Ruine. Das sieht nicht wie ein Schreien aus. Das ist eine Art Apparatur. Ich sehe Seile und Holzzahnräder. Die Gründer haben im Tal Aufzüge gebaut, um Menschen oder Vorräte zwischen den Gipfeln zu transportieren. Aber sie sind alle kaputt. Das muss einer davon sein. Versuche, ganz nach oben zu kommen. Ich komme gleich nach. Ich bin jetzt in der Schlucht. Ich sage Bescheid, sobald ich da bin. Ich glaube... Ich glaube... So? Ähm... Nein? Oh. Doch. Ach, Mist. Die anderen sind da draußen. Ich kann sie keuchen hören. Moment der Klarheit. Aber er verrinnt. Kommt weniger häufig. Wir sind krank. Vergiftet. Irgendwas. Ist auch egal. Hab vergessen, wieso wir hier sind. Hab vergessen, wo wir vorher waren. Erinnere mich kaum, wer ich bin. Hier ist noch jemand. Wandelt unter uns, während wir kriechen und heulen. Ein Geist. Eine Göttin. Eine Dämonin. Sie flüstert. Wir hören zu. Hören zu. Ja. Irgendwie muss ich die Plattform verankern können. Ja, ähm... Hm. Wenn ich sie an diesen Pfosten binde... An den Pfosten binde... Nun, wacht mal. Okay. Okay. Vielleicht kann ich das irgendwo befestigen. Okay, ähm, jetzt mal das kurz. Ah, da drinne? Ich müsste die beiden Kurbeln verbinden können. Ah, da drinne? Ah, da drinne? Aha. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Puh, ähm... Ich seh, da unten können wir noch irgendwie mal lang vielleicht? Na gut, wir springen mal kurz in das Wasser. Vielleicht komme ich über eins dieser Seile zurück nach oben. Mir wurde zu meiner großen Ehre die Verantwortung übertragen, den Bau eines Schreins für die Apostel weit draußen im Tal zu beaufsichtigen. Der Ort liegt auf der Grenze unserer neu gegründeten Stadt, am Ende einer entfernten Schlucht. Die natürlichen Wasserfälle und geothermalen Quellen geben uns die einzigartige Möglichkeit, mit unserem gemeinsamen Wissen einen Ort der frommen Anbetung und Besinnung zu schaffen, der nicht nur das Andenken der Apostel ehrt, sondern auch unsere jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Baukunst. Wir haben das Reich, das wir zurückgelassen haben, bereits überflügelt. Wir werden am Morgen eintreffen und den Grundstein zu einem Schrein legen, der unsere Vergangenheit und die Zukunft unserer Stadt ehren wird. Okay, ähm, ja. Ich kann mal gucken, mal ganz kurz hier, ob man irgendwas findet. Noch einen weiteren Eingang? Ich weiß ungefähr, wie ich das jetzt mache. Und zwar, hoch. Oh, das habe ich jetzt so verbunden. Wir machen folgendes. Schneiden. So. Ups. Nein. Ach, halt. So, nochmal. So, ran und... Komm. So. Das bleibt. Ha. So. Komm. Griechen. Aha, eine Seilkonstruktion. Achso. Ja. Rein und wieder raus. So, und... Versuche den Hebel auf der Plattform zu ziehen. Vielleicht setzt uns das in Bewegung. Okay. Ja. Ja, sehr schön. Okay, cool. Was hast du gesehen? Ja. 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 Okay. Okay. Ah, wir sind bald da. Gibt's hier irgendwas noch zum... Mann, 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 Mann. Dann haben wir's gefunden. Jetzt war ich erschrocken. Nein. Ah, Nadja? Ah. Wie? Ah, es... Es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich... 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 Ich wollte... Ich... konnte sie nicht retten. Ich wollte es... Sch... Alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Okay. Sie steckten mich zu den anderen russischen Gefangenen. Ich konnte den Hass in ihren Augen sehen und konnte es ihnen nicht verübeln. Für sie war ich nur ein weiteres Instrument ihrer Demütigung und Entwürdigung. Ich sagte ihnen nicht, was ich zu tun versucht hatte. Es konnte niemals genug sein. Als die Revolte kam, war ich bereit. Die einheimischen Gefangenen, die genau aus diesem Dorf in den Gulag geschafft worden waren, wurden von den Rossen ferngehalten. Sie hatten von meinem Widerstand erfahren und das hielt sie davon ab, mich wie die anderen Wachen zu töten. Ich hielt meine Tochter, deine Mutter, zum ersten Mal, als der Gulag um uns herum in Flammen stand. Die Dorfleute nahmen uns beide auf und stimmten gegen ihren eigenen Aberglauben zu, mir zu helfen, deine Großmutter aus dem Tal zu retten. Okay. Können wir hier irgendwas machen zur Not? Inventar. Okay. Wir haben hier hin. Mehr Munition. Für Pfeile oder für... Gehneinmal für Schusswaffen die Munition. Sicher, sicher. Waffen sind wahrscheinlich hier nur... Ja, genau. Jeweils die Sachen. Gut. Mehr brauchen wir nicht machen. Gucken wir, ob hier noch irgendwas liegt. Nein. Okay, dann gehen wir mal da rein. Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Team Bravo. Vermissten Soldaten. Sie sind hier. Ein Moment. Da nur noch Munition. Pfeile sind voll. Okay. So. Sie sagte ihren Namen. Baba Yaga. Und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Oh Gott. Was hat sie mit ihnen gemacht? Naja. Ja. Schwindelig. Nein. Ich brauche das letzte Gegengift. Das ist der letzte Rest. Das ist der letzte Rest. Oh nein! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du schaffst das! Ich muss sie irgendwie zu den Kesseln bringen. Ich muss sie leichter wegnehmen. Jetzt ab und ab! Ich muss sie aufzuse! Tita! Tita! Tita. Okay. Okay. Geh, Scheiße! Geh, Scheiße! Ratto! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Halt, äh, äh, äh. Achso, da drüben. Mist. Scheiße! Sie darf das Seil durchschneiden! Sie darf das Seil nicht durchschneiden! Nein! Ich... Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Töne! Ha, 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 ha! So, oben geht's! Hm? Wir nehmen aber erstmal die ganze Munition mit. Ähm, ja. Noch einer? So, okay. Weiter geht's. Da geht's nicht entlang. Da auch nicht. Wir müssen also nach oben. Ach, Mist. Okay. Oh... Eeeeh... Eeeeh... Morra... A... Gomme... In... La vera... Vena goteata! Vena goteata! Vena goteata! Gomme... Vena goteata! Okay. 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 Um... Missed? Missed? Missed! Missed! Kissed! Missed! Missed! Ja. Hahaha. Ja. Ich bin der Glocken. Ich bin der Glocken. Ich bin der Glocken. Oh. Ja. Ich bin der Glocken. Ich bin der Glocken. Ich bin der Glocken. Ja. Nein. Ja, aber wie kriege ich das Ding dann da auf? Ah, da! Gott! Okay. Lara! Lara, hörst du mich? Ich bin gerade beschäftigt. Großvater ist wach. Er sagt, sie ist es, Lara. Die Hex ist meine Großmutter. Sie lebt. Bitte, du musst. Vielleicht kommen wir zu ihr durch. Wir müssen es versuchen. Ich tue, was ich kann. Aber das muss ein Ende haben, Nadia. Oh, da ist sie aufmach. Oh, ne, ne, Mist. Ähm. M, 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 M. Doch, hier entlang? Ne, schnell. Ne, das ist falsch gelaufen. Aha. Jetzt muss ich echt in den Kreise fahren, ja? Ja gut, dann fahren wir in den Kreis. Ich würde gerade sagen, schmeiß wir da nicht. Ach, halt. Von dort komme ich auch. 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 Okay, ähm. So. Mal durchheilen. Ach, halt. 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 Meine Fresse. Man merkt schon, ich bin ein wenig stiller. Weil das ein wenig anstrengend ist. Halt. Ich bin ein wenig stiller, ich bin ein wenig. Okay, nochmal heilen. So. Scheiße, sie wird das Sein hier schneiden. Nein, nicht dieses Movie. Ah, sie ist vorbei. Okay. Ich bin ein wenig stiller, ich bin ein wenig stiller, ich bin ein wenig stiller. Ich bin ein wenig stiller, ich bin ein wenig stiller, ich bin ein wenig stiller. Es ist alles. Wie in Danglara, für alles. Ja, eine kaputte Familie. Die Hexe? Achso, abgeschlossen, ja. Äh, der Traumstache. Bogen drängen. Giftshiren. Mal gucken, kann man mit... Ja. Du wusstest es, oder? Mann, jetzt ist alles so offensichtlich. Okay, das war's. Dann schauen wir uns auf jeden Fall mal hier um. Ja, klar. Oh, hier haben wir noch einige Sachen. Es gab eine Revolte, eine Bombe. Die Einheimischen, die Feinde meiner Feinde, erhoben sich und schlugen zurück, wie wir immer erträumt hatten. Ivan und unsere Tochter hätten die Freiheit kennenlernen können, aber stattdessen sind sie tot. Getötet von den Einzigen, die uns hätten retten können. Die sowjetischen Feiglinge hier bei mir im Tal sagen, dass nichts übrig ist und wir auf Rettung warten müssen. Die sagen, sie werden mich beschützen, aber sie fürchten sich und die Vorräte werden knapp. Es wird keine Rettung kommen. Ich werde leben, meine Entführer nicht. Überleben ist die einzige Wahrheit in dieser Welt. Sie sind ein abergläubischer Haufen. Ich mische den Pollen in ihre Rationen. Und wenn sie nur noch weinende Hüllen sind, zeige ich ihnen ein neues Gesicht. Eins, das sie seit ihrer Kindheit fürchten. Baba Yaga, Großmutterschlange, Hexe. Sie werden sterben, schreiend vor Angst. Sie verdienen so viel Schlimmeres. Wenn ich nicht in Freiheit leben kann, überlebe ich allein, in den Schatten, bis mich der Tod mit Ivan und unserem Kind wieder vereint. So, nehmen wir noch die Munition mit. Ist voll. Okay. Baba Yagas Waffe. Baba Yagas Waffe. Es ist eine Sense, die wie ein Hexenwesen aussehen sollte. Alles, was sie getan hat, diente auf irgendeine Weise dem Mythos. Ja, nicht schlecht. So. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Ja. Super. Okay. Aber ich glaube, ich habe soweit hier bestimmt alles schon abgesucht. Da füße ich auf die Schriftstücke. Ich gucke aber trotzdem mal fix hier rum. Ja, ist auch voll. Pfeile. Ja, da oben nur noch. Ah ja, okay. Dieses Tal gehört mir. Ich habe den Boden bewässert und die Traumblüten kultiviert. Niemand wird eindringen. Niemand kommt heraus. Ich werde die Außenwelt nicht länger ertragen. Hier habe ich endlich die Kontrolle. Ja. Okay. Mal schnell gucken. Das sieht man hier leider gerade nichts. Na gut. Ähm. Ja. Hier kommen wir wieder runter. Ich glaube, Munition brauche ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Na gut. Nur noch den letzten Rest. So, dann gehen wir nochmal schnell fix hier rüber. Ah, da unten blinkt was. Gut. So. Das haben wir. Achso, das ist das Magnesium Zeug. Das brauchen wir nicht. Das auch nicht. So. Ja, ja, ja. Ach, hier haben wir gestartet. Ach, ja. Hier sind wir gestartet. Genau. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Aha. Hier haben wir noch was. Bestimmt Karte aktualisiert. Ja. Oh, nur noch zwei geheimnisse Sachen. Okay. Ja, der erste ist gleich hier. Da wäre ich eh rübegegangen auf die Seite nochmal. Aha, weiter oben. Okay. Ja. Munition ist... Fall. Ops. ... ... ... ... ... Gehen wir noch mal schnell hier so hoch. So. Ja, da nach drüben. Genau, wie komme ich da hin? Hm. Bin ich gerade am überlegen? Na gut, wir machen das erstmal so. Was ist? Achso, Federn. Ne, brauchen wir nicht. Da brauche ich auch nicht. Da ist noch ein Schriftstück. Nein! Nein! Na gut. Machen wir es so. Ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden. Ich werde hier noch weiter plündern, gucken, suchen. Wie auch immer. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Und erstmal. Ciao, ciao. Ja. Ja. Ja.